Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tagesschein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit. Amen. Herzlich willkommen zum Abendgebet Dienstag nach dem vierten Advent, Dienstag vor Weihnachten. Wir haben Weihnachten vor Augen. Ich möchte gerne mit Ihnen gemeinsam singen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Erste und fünfte Strophe, eines der Lieder in der Adventszeit, die mir besonders liegen. Lasst uns singen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich. Der Heil und Leben mit sich bringt, der Halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpferreich von Rat. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein heiliger Geist uns für und leit, den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig preis und ehr. Wir sind heute im dritten Kapitel des Propheten Maliachi. Ich lese den ersten Vers. Siehe, ich will meinen Engel senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den er sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Der Weg wird bereitet. Das ist eines der ganz starken Bilder in der Adventszeit. Adventszeit ist Vorbereitungszeit, Besinnungszeit. Und dahinter liegt auch der Gedanke, den Weg zu schaffen, auf dem Gott zu uns kommt. Es kommt relativ selten vor, dass mir jemand konkret sagen kann und sagt, wie man das denn macht. Wie bereitet man sich so auf Weihnachten vor, dass Christus, der Gottessohn, zu einem selbst kommt? Also wie wir das Christfest vorbereiten, da haben wir schon einen Plan. Ob wir den dann schaffen, sei dahingestellt. Es wird organisiert, es müssen Besuche organisiert werden, Essen und Trinken organisiert werden, Geschenke organisiert werden. Das sind die drei wichtigen Dinge, die wir planen und machen, damit der Weg zu einem guten Weihnachtsfest bereitet ist. Wie aber bereiten wir uns geistlich auf das Weihnachtsfest vor? Malachi sagt, damit der Messias kommt und der Weg gut bereitet ist, braucht es einen Boten. Das heißt, jemand, der ankündigt, dass der Messias kommen will. Und durch die Ankündigung werden die Menschen geöffnet dafür, dass sie den, der dann kommt, aufnehmen können. Jesus hat später einmal gesagt, Johannes der Täufer war dieser Bote, der vor ihm gewirkt hat und die Menschen vorbereitet hat. Aber das war ja erst nach der Christgeburt. Also erst mal Weihnachten. Die Frage ist, wie kommt es dazu, dass in der heiligen Nacht sich Himmel und Erde berühren? Es wird sie nicht verrundern. Auch heute habe ich drei Gedanken, die ich aus dem Gesamtzusammenhang des Textes entwickle. Das erste ist, wir werden bereit für das Kommen von Jesus, wenn wir Streitigkeiten beenden. Das ist eine der Botschaften, die vorhergeschickt werden, die sagen, dort, wo Spaltung und Trennung ist, kann Gott sich nicht einfinden. Ganz oft wird in der Bibel auch Streit zwischen den Generationen genannt und dass die Herzen der Väter sich wieder den Söhnen zuwenden sollen oder die Herzen der Mütter, den Töchtern und so weiter. Das heißt, dass wir unsere Herzen wieder zuwendungsfähig machen. Das heißt, wieder uns denen zuwenden, mit denen wir im Streit sind. Wenn wir uns also auf Weihnachten vorbereiten wollen, ist es gut, mal zu schauen, liegen wir im Streit mit irgendjemandem? Das zweite ist, Druck rausnehmen. Da gibt es in der Bibel ganz viele Texte dazu, dass Menschen einander bedrücken. Ich verallgemeinere das, übersetze das und meine Erwartungsdruck rausnehmen. Na klar, wer Weihnachten liebt, hat konkrete Erwartungen an das Fest, dass es richtig gut wird und was alles dazu gehört. Aber wir können mit unserem Druck und unseren Erwartungen an andere es eher verhindern als gut machen. Deswegen drehen wir es doch einmal um. Statt Erwartungen aufzubauen, fragen wir die, die uns wichtig sind, mit denen wir Weihnachten teilen wollen, was kann ich dafür tun, damit dein Weihnachten gut wird? Das dritte, das kann ich Ihnen eigentlich nicht wirklich sagen. Aus einem einfachen Grund, ich glaube, dass es so etwas wie einen inneren Boten gibt. Das heißt, eine Botschaft durch Gott, durch seinen Geist in unserem Herzen. Und dieser innere Bote könnte sich zu Wort melden und sagen, damit bei dir Weihnachten wird, müsstest du, könntest du, wünsche ich mir von dir Folgendes zu tun oder auch zu lassen. Wenn wir jetzt beten, in die Stille gehen, könnten wir doch Gott einmal fragen, was wünschst du dir von mir oder Bote Gottes in meinem Herzen? Welche Botschaft hast du? Womit sollte ich aufhören? Womit könnte ich neu anfangen? Lasst uns in diesem Sinne jetzt beten und dabei in Kontakt mit Gott treten. Allmächtiger Gott, die Weihnachtsgeschichte ist eigentlich eine Überraschungsgeschichte. Du kommst zur Welt und die Leute waren schlecht vorbereitet. Du bist trotzdem gekommen, wir danken dir dafür. Heute ist Weihnachten keine Überraschung mehr. Das Christfest wird jedes Jahr gefeiert und wir bereiten uns so gut wie möglich darauf vor. Auch dann, wenn die Umstände schwierig sind. Heute fragen wir dich, was wird gebraucht, damit in diesem Jahr sich Himmel und Erde berühren? Gibt es etwas, was dir besonders wichtig ist? Sprich zu uns in der Stille. Herr, wir brauchen das Licht. Das Licht des Sterns wie die Weisen und das Licht der Engel wie die Hürden, damit wir erkennen, was wirklich wichtig ist. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Auf die letzten Tage wünsche ich Ihnen eine gute Vorbereitungszeit. Bleiben Sie behütet. Untertitelung. BR 2018